Ich stelle dir heute den Beschluss der Ständigen Impfkommission STIKO zur Kinderimpfung vor. Es ist das eingetreten, was die meisten nicht anders erwartet hatten und manche, ich gehöre dazu, auch befürchtet haben. Ich erläutere dir den Beschluss und die Begründung und erkläre dir, wie es dazu kam und ganz wichtig, warum eine ganz wichtige Einschränkung, die die STIKO macht, überhaupt nicht wirken wird. Schau dir unbedingt das Video bis zum Ende an, damit du das ganze Ausmaß des Dilemmas, das dich als Elternteil und natürlich dann auch deine Kinder erwartet, verstehen kannst. Ich sage sonst gern, dass ich am Ende noch Tipps gebe für ein konkretes Verhalten. Das kann ich diesmal eigentlich nicht, denn ich habe auch keine Lösung mehr, wie man jetzt professionell und richtig mit diesem Umfug umgeht. Ich werde dir aber sagen, was ich persönlich machen würde, wenn ich ein Kind in dem betreffenden Alter hätte. Zum Glück, zu meinem wirklich großen Glück, ist unser Sohn erst sechs Jahre alt und damit erstmal außerhalb einer solchen Gefahren- bzw. Entscheidungssituation. Zunächst einmal aber zum konkreten Text. Ein Link zum gesamten Text, den jetzt das RKI vorgestellt hat, mit diesem Beschlussentwurf, findest du unten in der Beschreibung. Und ich sage dir jetzt nur den aus meiner Sicht entscheidenden Teil. Den würde ich dir aber vorlesen, weil es genau hier um den Wortlaut geht, aus meiner Sicht. Nach sorgfältiger Bewertung dieser neuen wissenschaftlichen Beobachtungen und Daten aus den USA, welche genau, wo die herkommen, keine Ahnung, schreiben die nicht, kommt die STIKO zu der Einschätzung, dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen. Daher hat die STIKO entschieden, ihre bisherige Einschätzung zu aktualisieren und eine allgemeine Covid-19-Impfempfehlung für 12- bis 17-Jährige auszusprechen. Diese Empfehlung ziert in erster Linie auf den direkten Schutz der geimpften Kinder und Jugendlichen vor Covid-19 und den damit assoziierten psychosozialen Folgeerscheinungen ab. Unverändert soll die Impfung nach ärztlicher Aufregung zum Nutzen und Risiko erfolgen. Jetzt ein ganz wichtiger Satz, auf den ich nachher nochmal zurückkomme. Die STIKO spricht sich ausdrücklich dagegen aus, dass bei Kindern und Jugendlichen eine Impfung zur Voraussetzung einer sozialen Teilhabe gemacht wird. Soweit jetzt erstmal das Zitat. Ihr merkt selber, dass da ein riesen Denkfehler drin ist. Das direkter Schutz der geimpften Kinder und Jugendlichen vor Covid-19, da würde ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber es ist klar, dass es hier keine schweren Fälle gibt. Es ist momentan ziemlich klar oder wenig schwere Fälle gibt. Es ist momentan ziemlich klar, dass die Impfung nicht sicher vor einer Ansteckung und Weitergabe schützt. Also das halte ich schon für Quatsch. Aber ich will mal den Teil jetzt so stehen lassen, nur dass ihr nicht denkt, dass ich das nicht kritisch sehe. Aber ich möchte auf die noch problematischen Teile hier eingehen. Wo ist das aus meiner Sicht wirklich ganz grundlegende Problem, unabhängig davon, wie sich das mit der Impfung und den Folgen und auch vor allen Dingen dem Nutzen der Impfung, dieser Betrachtung, wie sich das weiterentwickelt. Ja, das würde ich wirklich mal hier an der Stelle nochmal zur Seite stellen. Da haben wir ja auch schon genug Videos zu gemacht. Nochmal zur Klarstellung. Ich bin kein Impfgegner. Ich bin selbst geimpft und zum frühestmöglichen Zeitpunkt geimpft. Ich bin skeptisch, was die Impfung betrifft und bin sehr kritisch, was die Maßnahmen, die Corona-Maßnahmen unserer Regierung betrifft. Aber ich bin kein grundsätzlicher Maßnahmengegner. Ich bin mir nur sicher, dass unsere Verfassung es nicht zulässt, dass Bürger, auch minderjährige Bürger, mit als Körperverletzung eigentlich strafbaren Eingriffen überzogen werden, wenn dafür nicht eine klare medizinische Indikation vorliegt. Diese ist aus meiner Sicht dem Text hier, den wir jetzt haben, nicht zu entnehmen. Jetzt kann man sagen, der Text enthiert doch auch ja keinen Impfzwang, sondern ist ja nur eine Empfehlung. Da müssen wir jetzt aber einfach auf die Historie zur Impfempfehlung für die Erwachsenen verweisen, wo es auch keinen Zwang gibt. Ich hatte dir diverse Videos hier zum Thema indirekter Impfzwang gemacht. Und man kann ganz klar sagen, soweit die Ausgestaltung der Empfehlung so ist, dass über Einschränkung der Grundrechte, von denen du dich nur durch eine Impfung quasi freikaufen kannst, der Zwang nicht mehr indirekt genannt werden kann. Es ist dann ein direkter Zwang, denn du kannst vom Bürger zweiter Klasse mit eingeschränkten Grundrechten nur zum Bürger, wieder zum vollwertigen Bürger mit allen Grundrechten werden, indem du dich impfen lässt. Es ist letztlich kein indirekter Impfzwang mehr. Ich habe dieses schöne Beispiel gesehen, was sehr, sehr gut trifft. Habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo. Sorry, ich kann es jetzt nicht korrekt zitieren. Aber es passt sehr gut. Wenn du einem hinrichtest und sagst, du darfst dich entscheiden, lieber Freund, zwischen Strick und Pistole oder elektrischen Stuhl und Giftspritze, Sterbmuster aber, dann kannst du sagen, der hat jetzt Entscheidungsfreiheit, das ist also nur eine indirekte Tötung, weil der kann sich ja entscheiden. Merkst du? Blödsinn. Rechtlich gesehen, unter Grundrechtsgesichtspunkt ist das Unfug. Eine Körperverletzung, die jede Impfung darstellt, lässt sich nicht rechtfertigen, wenn der zu Impfenden keinen eindeutig nachweisbaren Nutzen von der Impfung hat, beziehungsweise der Nutzen den möglichen Schaden nicht ganz eindeutig überwiegt. Das ist hier bei Covid-19 völlig anders als zum Beispiel bei einer Masern-Impfung. Es schadet nicht, dass es auch irgendein Risiko gibt, wenn es einen eindeutigen, klaren, alles überwiegenden Nutzen gibt und ein extremes Risiko, wenn man sich eben nicht impfen lässt. Hier bei Covid-19 kann wirklich niemand ernsthaft behaupten, er wüsste, was bei diesen jetzt in der Notzulassung befindlichen Impfstoffen in der Langzeitwirkung passiert. Die STIKO begründet ihre Entscheidung ja mit irgendwelchen uns nicht Bekannten und auch nicht Mitveröffentlichten oder auch nur Zitierten, zumindest nicht in dem, was ich jetzt auch beim RKI gefunden habe, Studien aus den USA. Diese Studien können ja naturgemäß nur einen sehr, sehr kurzen Zeitraum betreffen. Denn es gibt halt einfach keine Langzeiterfahrung nirgendwo auf der Welt bei der Impfung von Kindern. Der Eindruck, dass die STIKO hier einfach dem unglaublichen und aus meiner Sicht auch absolut unverschämten Druck der Politik erlegen ist, ist nicht von der Hand zu weisen. Ich hatte euch ja mal gesagt, ein herrliches Machtinstrument der Politik wird künftig sein. Man bildet sich eine Sachverständigenkommission nach seiner Vorgabe und lässt sich von denen eine Empfehlung geben und das setzt man dann eins zu eins um und sagt immer, das haben ja die Sachverständigen gesagt. Hier ist es ja noch krasser. Wenn jetzt diese Sachverständigen überraschend nicht das sagen, was du willst, dann, neuer Weg, setze ich die so lange unter Druck, unter medialen Druck, dass die irgendwann nicht mehr können. Die Begründung, warum die STIKO jetzt ihre Meinung geändert hat, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Also ich will nicht sagen, dass es nicht vielleicht eine nachvollziehbare Begründung irgendwo gibt, aber die Informationen gelangen nicht zu uns bisher. Sie sind jedenfalls der Veröffentlichung des RKI, Stand 16.08.2021 auf der Seite des RKI, nicht zu entnehmen. Das ist rein pauschal, irgendwelche neuen Untersuchungen aus den USA. Was ist passiert, was die Änderung der Meinung der STIKO jetzt auch nur ansatzweise rechtfertigen könnte? Das interessiert mich. Möglicherweise ist was passiert. Ich weiß es nicht. Die STIKO hat sich jetzt bei der Ausfugung, also nicht bei dieser Entscheidung, da bin ich wirklich sehr gespannt. Aus meiner Sicht kann das das Ende der STIKO sein, wenn die jetzt hier nicht wirklich was vorweisen können. Aber die STIKO hat sich bei der Ausgestaltung ein Hintertürchen offen gelassen. Die STIKO spricht sich ausdrücklich dagegen aus, dass bei Kindern und Jugendlichen eine Impfung zur Voraussetzung sozialer Teilhabe gemacht wird. Also will, dass es exakt anders passiert als bei den Erwachsenen. Du weißt genau, was passieren wird. Du weißt, dass die Politik sich um diesen, um diesen Ausspruch der STIKO, der gar nicht zu ihren Kompetenzen gehört. Das geht ja um das Medikament und nicht darum, was die Politik macht. Das ist ja eine politische Entscheidung. Die Politik wird sich also insofern sogar folgerechtig, richtig und zu Recht darum entfeuchten, kehrig kümmern. Es wird folgendermaßen ablaufen. Kinder, deren Eltern das für sinnvoll erachten, werden sich impfen lassen. Das ist in Ordnung. Ich glaube, dass man als Kind immer von seinen Eltern beeinflusst wird und wenn deine Eltern dir sagen, ich gehe immer ohne rechts und links zu gucken über die Straße, Gott wird mich fühlen, dann wirst du als Kind zu einem gewissen Alter sagen, das ist ein cooler Gott, da hat mein Vater recht und wirst hinterher gehen. Das ist eben immer Glück oder Pech, was für Eltern du hast. Das fängt bei der Ernährung an, was die dir voressen beim Fernsehkonsum. Das ist in anderen Bereichen genauso. Du wirst also hier jetzt keine besonders dramatisch andere Situation haben, wenn deine Eltern sagen, lass dich überhaupt nicht impfen, also radikale Impfgegner sind, dann wirst du dich vielleicht nicht impfen lassen und stupst dann in eine andere Schlimmkrankheit. Also das kann man nicht ändern. Das ist keine Besonderheit der Corona-Impfung. Das schieben wir mal zur Seite. Diese Kinder, die sich jetzt impfen lassen, werden erst mal vermutlich keine Probleme haben. Es gibt durch die direkte Impfung jetzt keine dramatisch höheren, schlimmen Verläufe als jetzt, wenn man, es gibt ja auch bei Kindern ein paar schwere Verläufe bei einer Corona-Infektion. Ja und das, soweit ich das beurteilen kann überhaupt im Moment, hebt sich das etwa auf, das Risiko und der Nutzen, was die aktuelle Situation betrifft. Vielleicht bekommen die Kinder dann später gesundheitliche Probleme, aber das weiß von uns keiner. Wenn am Ende, so hat das ja Drosten mal gesagt, am Ende des Tages ist jeder entweder geimpft oder hat Corona bekommen. Das stimmt dann natürlich nicht, denn es wird auch, es gibt auch eine dritte Variante und die sieht ja jetzt relativ wahrscheinlich aus, dass auch Leute, die geimpft sind, Corona bekommen. Ja, jetzt diskutieren wir über eine dritte Impfung. Na gut, aber jedenfalls ist zumindest das ja nicht ausgeschlossen, dass diese Corona-Schutzimpfung letztendlich einen vor Corona gar nicht schützt. Und jetzt gibt es ja aus dem Infektionswissen, was man so als Mensch ja hat, gibt es ja eine Erkenntnis, dass Kinder, wenn sie unter Kindern sind, in der Kindheit eine starke, natürliche Immunität aufbauen. Und dass du das natürlich verhindern kannst, indem du Kinder zum Beispiel nicht in die Kita gibst oder sehr isoliert hältst und indem du ihnen eben auch zum Beispiel, ich sage mal so sinngemäß, kein Dreck zu essen gibst, indem du sie nicht in den Sand schickst und so. Das sind dann die Kinder, die dann häufig auch Allergien haben und kein gesundes Immunsystem im Alter dann sehr anfällig sind. Möglicherweise gibt es die Chance, ich weiß ja, ich bin kein Mediziner, ja, möglicherweise gibt es die Chance, dass diese Kinder eine Immunität oder eine natürliche Abwehr ausbilden, um gut mit Corona zurechtzukommen, die ihnen durch diese Impfung genommen wird. Das wissen wir nicht, aber es ist ja schon uns auch viel Unfug als allein glücklich machend verkauft worden hier im Zuge der Pandemie. Also guckt dir gerne nochmal den Vergleich Deutschland und Schweden an, ja, diese furchtbare Schweden. Sogar der eigene König hat da den Chef-Virologen gesagt, der Weg ist gescheitert so und jetzt guckt euch mal da ein bisschen im Internet die Zahlen an, ja. Ich kann im Moment jeweils keinen eindeutigen Sieg von Deutschland über Schweden im Corona-Schutz erkennen, wohl aber eindeutige weniger wirtschaftliche Schäden in Schweden und ich wage mal zu behaupten, wenn ich so meinen Bereich hier angucke im Arbeitsrecht, sicherlich auch viel weniger Dramen bei den Bürgern. Soweit jetzt aber nochmal die Situation zu den Kindern, da waren wir ja, die sich impfen lassen mit allen Folgen, positiv und negativ. Jetzt kommen wir zum Problemfall. Das sind die Kinder, deren Eltern die Impfung nicht für sinnvoll erachten oder Angst haben für die Kinder jetzt so eine Entscheidung zu treffen, die nicht mehr rückgängig zu machen ist und hier vorsichtig sind. Diese Kinder werden quasi Menschen zweiter Klasse, denn sie werden in ihren Grundrechten eingeschränkt sein. Jetzt sagst du, warum denn? Die STIKO hat doch ausdrücklich gesagt, diese Impfung soll nicht irgendwie das Ganze einschränken, die soziale Teilhabe einschränken, das heißt, die Politik soll das nicht davon abhängig machen. Da habe ich dir ja schon gesagt, davon, das ist nicht Aufgabe der STIKO, hier Empfehlungen auszusprechen. Ja, man kann vielleicht Empfehlungen aussprechen, aber es ist auf jeden Fall nicht Sache der Politik, auf diese Empfehlung hören zu müssen. Es geht ja hier nur um die Frage der Impfung und nicht darum, was dafür Folgen durch eine Nicht-Impfung entstehen. Das ist eindeutig eine Entscheidungsmacht der Politik und die Politik wird sich darum, überhaupt nicht stören. Wir haben im Grunde genommen hier ja immer die Situation, dass die Politik ja sowieso nur das hören will, was die Sachverständigen, also dem vom Sachverständigen das Gremium das aufnimmt, was sie hören will. Und wenn dann mal ein Experte da drin ist, der nun vielleicht eine andere Meinung hat oder eine differenzierte Meinung hat, dann hat man es ja schon gesehen, wird er gerne mal aussortiert und auch dazu hatte ich ja schon ein paar Videos gemacht, Stichwort Seehofer und seine Kommission dort, dass die Politik wird sich schlichtweg nicht darum scheren, was die STIKO jetzt sagt und was die auch ausdrücklich nur sagt, um ihr Gesicht zu wahren. Das ist also, eigentlich wird das keine Relevanz haben. Das wird bedeuten, dass die Kinder, die sich nicht impfen lassen werden, einem sehr, sehr starken Druck ausgesetzt werden, ähnlich wie du das jetzt schon bei den Erwachsenen, wie ich das bei meinen Arbeitnehmern sehe. Und es wird dann Folgendes passieren. Um diesem Druck zu entgehen, werden sich eben sehr, sehr viele Kinder impfen lassen, die das eigentlich nicht wollen und beziehungsweise wo die Eltern das nicht wollen. Und die werden in eine sehr starke psychosoziale, um bei dem Wort zu bleiben, Drucksituation geraten. Ich halte das nicht für ein gutes Motiv für Kinder, aus einer solchen Notsituation heraus so wichtige Entscheidungen zu treffen. Die Kinder, die sich zur Wehr setzen, laufen aber andersrum eben eine extreme Gefahr, dass sie auch wieder durch diese Maßnahmen Dinge ausgesetzt werden, die sie zumindest negativ beeinflussen. Nun kann man als Kind nicht erwarten, dass nun alles Ideales, immer der rote Teppich ausliegt. Das ist für Kinder auch gar nicht gut. Man kann auch aus solchen Herausforderungen wachsen. Aber die Psychologen, die Soziologen, die sagen da eben anderes. Die sagen eben dann in der Summe, es gibt sicher Kinder, die daran stärker werden, aber es gibt eben auch viele Kinder, die daran dann zerbrechen und wo dann der Grundstein für späteres typisches Verhalten auch von Ausgeschlossenen, habt ihr hier von mir oft zum Thema Mobbing gehört, und auch die Verantwortung des Mobbing-Opfers, was dann auch manchmal in so bestimmten Strukturen voranschreitet, aus denen man sich einfach nicht mehr befreien kann, weil man in seiner Kindheit einen bestimmten Druck erfahren hat, der, ja, ich will nicht so dramatisch sagen, der einen hat zerbrechen lassen, aber der einen zumindest in ein bestimmtes Muster gepresst hat, sodass ich nach meiner Erfahrung, ich habe da keine Statistik, aber nach meiner Erfahrung, dass ich zum Beispiel Mobbing-Situationen, die man in der Kindheit erlebt hat, dann im Erwachsenenalter, im Berufsleben durchaus auch fortsetzen können. Alles in allem eine fatale Situation, auch ein fatales Signal, das die Ständige Impfkommission hier ausgesandt hat. Jeder hat vermutet, die brechen bestimmt zusammen und sie haben es wirklich nicht sehr lange durchgehalten. Und jetzt hoffe ich einfach für uns alle, auch für die Stärkung solcher Kommissionen, gerade dieser wichtigen Kommissionen, dass sie dafür noch gute Gründe, überzeugende Gründe nachliefern können. Ich persönlich sehe die momentan nicht. Hast du da irgendwelche Informationen, würde ich dich bitten, die hier gern unter das Video zu posten, damit ich darauf dann auch Bezug nehmen kann und hier hoffentlich dann noch ein etwas positiveres Video nachlegen kann. Das werde ich übrigens auch machen, wenn auf dem offiziellen Weg dann die Informationen eintrudeln werden.